heute kommt zurück zum Beispiel mein Kraft Prozent meinen es ist ein Block die Zusehen mit der GmbH es geht los der Lieder Krupp sehr gut exo als in der Anerkennung der Vorhintergrund vorhin das war er aber ich gestern ja gestern es ist klar das habe ich erst mal in der Nähe haben wir über den Stein also genau jetzt ohne Lärm ich glaube ich sie noch irgendwann mit dem Lärm machen werden oder nach dem Scheiße das ist lustig mit ihm ich glaube ich brauche immer zu befrieden hat sich über so was zu steigen und die drei der wir ja die Koppel fahren weil ich glaube wir haben fast gar kein Stein mehr weil es in der als verloren geht die ganze Zeit es ist nicht mehr dieses Dings die wir noch haben all diese Notreserve nicht mehr wir müssen auch jetzt irgendwie machen das wenn wir die Monster fahren benutzen das wird keine also kein Risiko bei Kriegern eingehen okay kann das man bitte ein bisschen weiter zum abwarten kannst du kannst du den Krieg herunter schlagen Runderschlag das macht man ich komme ich komme ich komme das war ich habe es nur was soll ja auch bald mal ein Haus ja ja klar wollte ich hier machen eigentlich wollte ich ja dass wir alle zusammen ein Haus machen weil damals hat dann Grundriss gebaut mal die Axt wieder geben die Axt mal wieder für die Spitze abgeben Prozent was ich sage eigentlich wollte ich ja das ist ein voll und ein ein Haus wird es in die Versorgung vielmehr ausbauen weil auch lange nicht fertig mit dem Grundriss aber ich mein Haus ist eben bei der Prozent Baumform ne du kannst ja dein Haus in unser Haus bauen ja ich hab da jetzt schon eine Kiste gemacht sieht schön aus naja höll muss lol was will ich die Sprung jetzt verkacke kann es mal ein paar Blöcke dahin bauen ich bin nicht das safe von ja ein Block ja komm das ist ja wohl jetzt schaffen bisschen es ist ja auch wieder da ich hoffe n so ich war mal ein halbes der Koppel die Stadt ist gerade n hast du noch genug kommen weil ich mich nicht mitfragen das war man mit uns ich glaube ich kann jetzt so ein steckkoppel erstmal oder reizt zwei steckkoppel drei stecks kommen zwei steckkoppel durch 26 jahre macht es ja noch der baum kann ich den abholzen er kann ja offizielle fahren ja gut du hast du noch um baumstücke in den baum gelassen ja ich hatte keine Zeit das abzubauen weil ich keine Axt hatte und weil er mich dann können würde was weiß ich möchte immer achte drüben nee ich war sie mich schon hat mich hat mich gar nicht reingebaut hatte keine Zeit warum nicht an ihn so ist viel chilliger nur mit dir gut mit der sich ein bisschen lustig aber naja man kommt nicht zur Sache drüben was die Kumpel kommt ein Wort jetzt geht es auch in den Baumland ich gehe im Baumhauern alle scheiße sind gerade hier Blätter kaputt gegangen war und ja ich bin natürlich geschehen und doch jetzt wird es gar nicht mehr für ein bisschen besser weil vorher sei ja ich bin jetzt mit allen Sachen runter ja wenn wir entschieden oder blau und blau und blau Helmert angetitelt ja ich bin sehr schützend runtergesprungen und er hat wieder geholt dieser Wissensatz kommt die Sprung ja weil ich dachte ich hätte alles runde geschnitten in Eimer und von dieser voll offensichtlich wie er gelacht hat vor allem du hast voll gelacht die ganze Zeit also nicht die ganze Zeit aber so gegrinst also ich kann es zwar nicht sehen aber ja ne du weißt was ich meine so ein bisschen so ich hab genau gehört dass du gegrinst hast nein weißt was ich meine man hört dann immer so 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 ein bisschen wenn man spricht so ein bisschen äh Lache raus ja das meine ich deswegen schon bevor ich zurück also bevor wir aufgenommen haben hatten die beiden haben irgendwas beredet ich hab was mitbekommen wie viel hast du davon eigentlich mitbekommen nein ich hab nicht wirklich mitbekommen weil ich bin ich so asozial wie du denn ich erst zwei Minuten nachdem er wieder da ist überhaupt muted äh entmutet ne nein ich war wieder da und dann bin ich aber rausgegangen äh auf jeden Fall ich hab zumindest mitbekommen dass du so komisch gelacht hast ich hab gesagt ich will dass du Prozent das also sehr gemacht sehr wichtig ist das war das alles ist weil es nicht gesagt ich hab gesagt dass das also alles macht sich aber nicht gesagt dass also Zeit ist unterschied seine Daten bis generale Rennert generell also zählt andere heißt dass du diese Situation als also zahlst die Koffel brauchst du halt weg ja aber was die Erwartung gar nichts oder mehr oder was mit euch ja doch um halben Steck mehr groß ja ja die Kürtel immer mal die Strecke ich muss noch schnell die Beleicht Soll ich Lennerts Haus ein bisschen abbauen, ja. Boah, Alter, wirklich jetzt. Ja, mach, Alter, das ist hässlich. Nee, ich meine jetzt, Alter, Lennert. Was? Ich bin enttäuscht von dir. Was hat er gemacht? Das Haus ist so hässlich. Ich weiß. Vor allem im Letzten für Minecraft ist das Haus so relativ schön. So relativ schön. Ne, und hier, Alter. Was möchte ich zählen, oder? Ich baue in meinen kleinen Haus. Ja, das geht gar nicht. Boah, baue einfach alles über deinem Haus ab. Alles. Nein, nein, nein. Warum nicht? Lennert ist nie wieder dabei. Nein? Nein. Ey, wieso? Ja, weil wir keine Zeit haben mehr, mit ihm aufzunehmen. Ach so. Wenn Lennert, wenn du wieder da bist, ich werde das nicht nur mit Lennert aufnehmen. Dann bin ich ja bekloppt. Das wird doch, oh, Hirnwäsche und so weiter. Ne, aber, äh, ich werde das halt nur, also ich werde das auf jeden Fall nur mit dir aufnehmen. Und da, also, nachdem du ja wieder da bist, nie mehr so wie sie wieder, wenn ich schwimme auf, ne? Ist klar. Ja. So, ich brauchst eine Spitzhacke. Deswegen bin ich zurückgegangen. Dann baue ich hier alles ab, außerdem war hier den Taktus, den Sand, das ist behaltlich. So, heute wollen wir auch mal ein bisschen mehr auf Achievements gehen, ne? Nachdem wir gestern einfach nur Scheiße gemacht haben. Na, was hat der da für eine Scheiße gebaut? Ich glaube, der hat einfach sich ein paar Blöcke genommen und die aufeinander gesetzt. Ja klar hat er es gemacht. Ist es noch nicht aufgegangen? Ach, Alter. Dafür habe ich ihm auch noch Schnee gegeben. Ja, ich weiß. Das hat mich am meisten von dir enttäuscht. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, wie, dass ich ihm dabei, bei sowas helfe. Alter. Nicht mit den ganzen Koppels runterfallen. Nein. Was? Meine Axt hat nur noch ein Durability. Oh, boah. Ein Durability heißt, dass die noch ein, zwei Blöcke hat. Ja, aber dann ist sie kaputt gegangen und beim letzten Block. Wie viele Dings hast du, Steine? Scheiße, ich habe gerade voll viel verbaut wegen dem Weg, warte. Ich muss noch, ich brauche noch kurz. Ich muss noch circa ein Fist-Sack-Farben. Sorry. Also wenn Creeper in der Monster-Farm sind, dann muss man das vorsichtig machen. Nein, übrigens nicht den Bogen benutzen, weil wir brauchen ein Chiefman, ist ein Fist-Sack-Pfeile zu haben. Also zumindest kurz in der Hand zu haben. Na, was ist das? Ein Fist-Sack-Pfeile ist schon ziemlich viel. Ja, das ist... Es ist schlimm, dass es dazwischen durch Holz ist, bei dem Weg. Wenn du Koppel hast, dann will er erneuert das. Es sieht einfach in der Besserung aus. Schlimm ist es nicht immer. Warte, ich habe gleich 26. Ich will noch 20 Stück. Ne, 24. Dann können wir nachher auch den Gang zum Portal erleichtern. Hör, den Gang zum Portal. Hör, den Gang zum Portal. Hör, den Gang. Hör, den Gang. Hör, den Gang und so. Nein! Was? Ich habe 21 Knöpfe gecraftet. Lol. Warum? Was sollst du craften? Aus Versehen, ich will Stickies craften. Hehehehe. Ist das irgendeine Challenge? Ne, ich glaube, da war noch... Neu ist kein Block, noch nicht. Oder warte, ich kann kurz nachgucken. Äh... Bla, 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 my gemälde Form, Pamela, bla, bla, bla. Oh, wir haben jetzt die unerliche Wasserquelle. Nice. Oder? Du hast doch den... Du hast doch den Dings, oder? Eisblock? Ja. Ja. Gott. Kann ich den gleich haben? Ja. Gott, warte. Äh, Tenti Letters, Finscatters, Pressure Plates, Coffees und Setzen. Nope. Ja, ich gebe dir mal den Eisblock. Warte, warte. Ich frage mich immer, ich frage mich, wo ich die unerliche Wasserquelle machen soll. Lol, da sind Zombies gespawnt. Pass auf, pass auf, pass auf. Lol, wie viele. Hier ist der Eisblock. Warte. Alter, lehrt hier mit seinem Abbau. Warte. Oh, Leute, ich werde fast runtergefahren. Warte, warte. Oh, warte, warte. Ich muss kurz überlegen. Unten? Ne, unten ist nicht gut. Übrigens kannst du unten mal die Grasfläche ausmachen, wenn du willst. Wenn du gerade sein hast. Ja, ich den einmal mal angucken. Scheiße. Mann, das ist kacke, dass die da raus können. Ja, das stimmt. Zaun-Tore. Haben wir nicht doch Zaun-Tore? Äh, ja, ich habe noch welche. Fuck! Ey, die ist scheiß gesetzt. Ah, ich regiere mich nicht. Hilfe! Spring vor dich. Runter mit dir. Neue. Alter, das habe ich im Fall noch einmal abgeschossen und ich wäre fast gestorben. Alter, das ist ein Enderman. Äh, das ist ein Skirt. Na. Warte, ich gebe dir gleich einen Koppel. Ich muss erst mal eine unendliche Wässerquelle machen. Warte. Ich habe schon die Koppel. Ja, ich habe schon die Koppel. Ich habe schon die Koppel sonst jetzt. Ja, habe ich denn verboten. Ich mache jetzt was. Ich mache jetzt was. Dass man letztes Leben, weil ich habe. Nein. Ich setze dieses... Zerun-Tor nicht. Scheißes. Hatte sich viele Sachen. Warte, warte. Ich tue mal alles raus aus meinem Winter. Scheiße, wir müssen hier die Monster alle runterschlagen. Hilfst mir. Ja, ich helfe dir. Wenn ich hier rumkomme. Ja, nein, geschafft. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht. Ich habe vor wenig Leben. Ja, ich auch. Fuck, nein, wir haben wir gemacht. Fuck, nein, wir haben wir gemacht. Scheiße, meine schöne Fahne. Das tut mir leid, wirklich. Ja, es ist okay. Nein. Warte, das geläht. Scheiße. Warte, hol du mal Zaun, 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 ich schlag die Skelette hier runter. Ja. Uh, nein, Knochen. Hier sind noch voll viele. Oh. Scheiße, der ist noch voll viele Stone Slaps weg. Ja, ja, ich habe gleich genug wieder. Ich habe genug, theoretisch. Scheiße, ich habe den Endern einfach gehauen. Alter, Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder rüber? Ich habe den Koppel gesetzt. Ich habe 有 Fackeln, ich habe einen Holzkohle kann man ja sich schnell nicht mehr schnell da hat es noch nicht mich wieder verkauft schön schön ohne euch als ich habe mich vermisst das ist ein kleiner Zoll von Männern geschlagen was wirklich jetzt ja aber der ist gar nicht runter hoffentlich scheiße hier kommt Spinn versuchte auf der Hinsicht zu behalten ein Stück einschneid zwei Schöpfe ich brauche viel Holzkohle mit dem Papier haben ja kann es mir kurz heißen wie er es lebt uns oder runter zu schauen ich werde ich werde kurz ein paar Fackeln auf dem Weg also ich bin ja alles raus die Fackeln ich bin tot nein sachen aufsammeln ich bin ganz ein paar Sachen runtergeflogen das habe ich gesehen ich glaube es schwert ja scheiße wird das Schwert ohne gut